hallo liebe filmfreunde hier ist euer v80 mit einem weiteren video ihr fragt euch video nur video kein unboxing es ist ein unboxing aber man kann es eigentlich eher sagen ein unbooking oder ein magazining denn ich bekam nämlich ein großbrief von trashstore 75 und ich dachte mir was um Himmels Willen habe ich mir da wieder bestellt ich habe keine Ahnung Trashstore keine Ahnung kommt aus Essen und dann mache ich mal auf also ich habe schon auch mal welche weißes drin ist und dann sehe ich eine Zeitschrift der liebe Mike hat an mich gedacht denn ich bin mich mit dem Mike Blankenburg Freunde bei Facebook und ich habe ihm auch auf meiner Facebook-Fanseite von makecrazy.at auch als Partner angegeben und er meint ich schicke dir mal eine gratis Kostprobe des neuesten Magazins von Dead Ends nämlich das schaut nämlich so aus zu und wenn du willst kannst du davon mal ein Video machen aber meine liebe Freundin Mike natürlich mache ich für dich ein Video das ist doch völlig klar denn wenn ich schon was kostenlos gesponsert kriege man natürlich dafür auch ein Video denn ihr sollt euch jetzt mal ankommen und vielleicht ist es ja auch was für euch die Beschreibung alles drum und dran findet ihr alles unten in der Beschreibung in der Facebook-Seite alles ist dann unten drin ihr wisst ja bei mir ist alles schön gegliedert und auf jeden Fall nochmal vielen herzlichen Dank lieber Mike dass du mir diese schöne Zeitschrift zugeschickt hast ich muss auch gestehen ich habe schon öfters mal reingeguckt denn ich will euch was dazu noch erzählen weil es ist ja sehr blöd wenn ich hier die Zeitschrift durchgucke und dann kann vielleicht nichts dazu sagen was es ist ich habe mir jetzt mal nicht jeden Artikel durchgelesen sagen wir mal der Böse das ist nämlich extrem viel Text ja und 4580 und lesen ist schon sehr schwierig und Zeit habe ich auch fast keine haben wir auf die Arbeit genommen natürlich wieder böse Blicke ernten dürfen was ist denn das Dead Ends ist ein komisches Cover ist bestimmt wieder nur Horrorzeug drin ja und es ist auch nur Horrorzeug drin ja auch etwas spezifischer Horror also so independent Filme sind eigentlich mehr da drin ist zwar nicht so extrem mein Genre aber auf jeden Fall trotzdem sehr interessant und was hier auch sehr wirklich richtig cool ist und da möchte ich auch gleich noch jemand anderes noch hier hoch loben nämlich die Silvia Schmidt da gibt es auch ein Bericht über sie also ich muss sagen ich habe das gelesen wow Respekt wirklich wahr und auch von ihr hier mache ich auf jeden Fall auch mal einen Link in die Beschreibungen rein denn die macht nämlich richtig coole Porträts von Schauspielern mit Buntstiften und mit Zeichnungen und glaubt mir es ist einfach nur geil und was auch das besondere an dieser Zeitschrift ist nämlich die Ausgabe 4 dieses Cover was ihr hier seht hat nämlich sie in 80 Stunden gezeichnet und was sagt ihr dazu absolut hammermäßig oder absolut geil also wirklich das Cover finde ich sowas von gelungen wirklich absolut top und absolut geil wirklich richtig cool und wie machen wir es ja noch nie an Booking gemacht ne ich würde jetzt mal sagen ich lege jetzt mal das Magazin hier unten hin zu die Kamera unten stellen und dann gehen wir mal Schritt für Schritt mal diese Zeitschrift mal durch und dann gibt es noch ein kleines Schlusswort von mir ich werde noch etwas dazu sagen nicht zu jedem sein werde ich etwas dazu sagen also ich werde auch mal überblendern aber wir gehen wirklich das komplette Magazin mal durch und echt eine coole Sache vom lieben Mike ist auch der Chefredakteur wohlgemerkt der Mike Blankenburg mhm und wirklich astreine Arbeit was du da leistest für manche können es ein wenig Probleme mit den Augen geben denn das ist sehr klein geschrieben wirklich aber selbst habe ich schon ein bisschen Probleme aber echt sehr informativ und lange Rede kurze Zeit komm wir legen jetzt einfach mal das Ding da runter und jetzt geht die Kamera nach und dann so na gut hier sieht man schon mal das das Motiv das vom Cover und was sagt ihr absolut geil oder ist echt der Hammer so wir blättern hier mal auf hier ist dann ein bisschen frisches Blutwerbung Erfrischungsgetränk mit Cornberry Ingwer Geschmack hier unten ist dann das Impressum da steht auch der Herausgeber Mike Blankenburg richtig cool so und dann machen wir mal hier weiter hier ist dann ein Bericht über Shaik Nado Muskelstein habe ich den Film noch nie wirklich gesehen und werde ihn mir nicht angucken es ist hier Dead Ends Tierhorror und da wird ein bisschen über diesen Film eben geschrieben dann haben wir hier ein Dead Ends Special ebenfalls mit Dead Ends Undead hier werden verschiedene Horrorfilme zumindest Zombie Filme ähm nochmal nachbesprochen wie sie so sind und was halt eben so alles können hier eben auch die Labels und was für wo die erschienen sind auf jeden Fall auch sehr informativ und dann eigentlich die ganzen wichtigsten Horrorfilme die es gibt eigentlich enthalten ja dann geht es weiter hier nochmal dann die zweite Seite von zumindest die dritte Seite von dem Zombie Special eben mit Zed Nation die neue Serie wo eben rauskommt hier eine kleine Hommage an The Human Centipal 2 und hier wird eben auch erfahren dass eben dieser Schauspieler auch eben zu Horror of Weekend of Horrors kommt und hier eben nochmal so ein kleiner Bericht über diesen schönen amüsanten Film ja dann geht es hier weiter und hier haben wir schon Topenga das hier ist die liebe Silvia Schmidt 23 Jahre alt also muss ich echt sagen Respekt liebe Silvia was du dir geleistet hast wenn wir hier mal die Bilder angucken ich halte es mal mit mir in die Kamera rein das ist wirklich ähm grandios gezeichnet hier der Schwarzenegger also wirklich richtig cool und auf jeden Fall ich tue auf jeden Fall die Beschreibung unten rein machen von ihrer Facebook Seite denn das ist wirklich richtig cool und wenn es nicht so extrem teuer ist würde ich mir sogar so ein Bild sogar wirklich aufhängen also echt Hammer Hammer mäßig geil hier noch ein bisschen eine kleine Geschichte über sie und wie sie zu diesem Gemäld also wie sie zum Malen kam könnt ihr euch dann gerne mal durchlesen wenn ihr es gekauft habt dieses Magazin ja hier eben Seqrazy Schauspiel Mike Maika Metz über seine Rolle und seine Erfahrung am Set der Film sagt mir leider gar nichts ähm ja ich denke mal es wird so ein Independent Film sein und hier geht es dann weiter Dead Ends in Kürze hier werden eben verschiedene Filme halt eben mal kurz beschrieben Dead Ends im Untergrund ebenfalls so eine kleine Kurzbeschreibung über verschiedene Serien ja hier gibt es dann einen kleinen Dead Ends Verriss über den Film Kartoffelsalat ähm ja über den Film habe ich eigentlich nur Schlechtes gehört ähm ja Laser Nippes sowie geriebenes Nase- und Pulver und andere Absurditäten Orange Maus also ich denke mal hier ist so ein kleines äh Hörspiel Grusel Hörspiel Comedy dann haben wir hier ein Querseite Dead Ends Made in Europe hier eben verschiedene Filme die wahrscheinlich in Europa gedreht worden sind gehen wir wieder zurück also ihr seht schon auch die Schrift ist wirklich sehr klein also man kann es trotzdem sehr gut lesen wirklich richtig cool und auf jeden Fall ein Blick wert hier eben ein Dead Ends in Kreuzerhöhe hier wird eben der Kai E. Bogatzki äh ähm interviewt muss gestehen ich kenne leider diesen Kai E. Bogatzki leider nicht das geht hier eben weiter und hier auch noch mal dann die letzte Seite noch von dem Interview hier noch ein paar ja Portätchen Hot Dreams eine durchgedrehte Zeitreise zurück in die analen teutonischen Balzlustspiele ja ähm ok gut wir machen mal weiter ne hier gibt es eben Dead Ends in Action hier werden eben verschiedene Actionfilme beschrieben Fassensurie 7 Skin Trade mit Dalf Lundgren und American Heist mit dem lieben Adrian Brody und hier eben dann ein noch einmal in Action wo halt eben die Filmkunstform von The Wait und von The Target also von den asiatischen Action Highlights besprochen wird hier eben noch weitere Filmchen Kurzbeschreibung von Charlies Farm Phobia 2 The Guest Everly und hier noch ein bisschen Werbung für The Secrecy Coming Soon und jetzt haben wir hier Weekend of Horror das ist das Dead End Special hier werden eben dann verschiedene Rubriken gezeigt was eben bei Weekend of Hell alle kommen also einige von Walking Dead sind wohl da auch dann ist hier auch dann der Dieter Laza eben auch als Stargast dabei finde ich richtig cool ich würde ja gern selber zu Weekend of Hell gehen aber leider keine da ich leider arbeiten muss und außerdem ist es mir viel zu weit weg ich ist also Oberhausen ist für mich ja so 6 Stunden Fahrt denke ich mal und hier gibt es noch ein kleines Special über die Saw-Reihe sehr interessant auch und hier dann auch nochmal so ein kleiner Rückblick zu The Devil Rejects und Haus der Tausend Leuchen eins meiner Lieblings-Horrorfilme von Rob Zombie und hier noch einige Vampire noch einmal hier Fright Night und für Zombies Bordelle of Blood eine kleine Beschreibung und hier Ambulanz ein sehr unbekannter Film wo ich auch geschrieben muss den kenne ich überhaupt nicht sucht Eric Roberts die Liebe und findet den Tod okay Eric Roberts spielt er mit und hier eben dann vom Dusk Till Dawn als mit Tom Savini aber leider so viel wie ich rausgehört habe kommt Tom Savini leider nicht auf Weekend of Horror oder Hell Entschuldigung habe ich es versprochen sehr schade denn den finde ich auch richtig klasse Tony Tony Todd beißt sich durch die Rückkehr der Untoten Night of the Living Dead und hier noch Dawn of the Dead und hier noch das Omen des Bösen und hier noch Dead Ends auf dem Prüfstand hier wird geprüft der Umleger oder auch das Remake wartet bis es dunkel ist in dem schönen Seabook wo ich euch auch mal gezeigt habe finde den Film auch richtig gut also eigentlich alle beiden Filme fand ich sehr gut und hier noch Gruff des Grauens alter Schwede von diesen ganzen Filmen muss ich ganz echt zugeben ich habe noch nie was gehört ja dann haben wir hier noch eine weitere Rubrik Elektrik Bokkaut Bokkalu hier werden eben so etwas unbekanntere Filmchen präsentiert hier bei Nummer 4 ist eben das Haus der langen Schatten mit Vincent Price Christopher Lee und Peter Cushing also ein etwas älterer Film und dann haben wir hier weiter noch das Hendrix Retro VHS Kolumne hier sehen wir noch ein bisschen Werbung von filmretroshop.de und hier noch anarchistisches Videovergnügen wo es eben auch um Hardboxen geht sehr interessant auch hier unten nochmal Maniacop als Amoray und hier eben nur verschiedene schöne Kollektionen hier limitiert The Resurrected wird genau beschrieben was alles enthalten ist und hier drüben nochmal dann Großangriff der Zombies mit den drei Cover Varianten wo das eigentlich das Cover mir am besten gefällt aber ist für die persönliche Meinung und hier noch die letzte Seite ist Dead End Scream Queen etwaige Fennish ich hoffe ich spreche es richtig aus die Göttin des italienischen Genre Films ja leider muss ich ganz ehrlich gestehen kenne ich diese gute Frau leider auch nicht wirklich ich denke mal dass die etwas vor meiner Zeit war ja und hier nochmal die letzte Seite und hier noch ein bisschen Werbung für die Horrorclinic.de mit 250.000 Artikeln für Party und natürlich auch für Halloween und hier nochmal 10 Jahre 84 Entertainment feiert mit uns auf dem Weekend of Hell ja leider ohne mich sehr sehr schade hätte ich gern mitgemacht aber leider bin ich daheim na gut wir sind auf der letzten Zeit angekommen ich drehe mal rum und dann komme ich gleich wieder ja liebe Filmfreunde ich hoffe ich habe euch das mal ein bisschen schmackhaft gemacht denn es ist wirklich sehr interessant wirklich sehr viel Text und wirklich auch sehr viel Hintergrund von mir zu über verschiedene Filme und unbedingt mal reingucken auf die Website Dead Ends und ja was gibt es zu sagen ihr könnt mich auch nicht gerne abonnieren schaut auf jeden Fall auf die Website von Facebook und natürlich auch von der Silvia Schmidt oder auch Tubenka denn richtig geile Bilder habt ihr ja gesehen in der Zeitschrift wirklich klasse und ich hoffe euch gefallen das Video ihr könnt mich und abonnieren wie ich es jetzt schon gesagt habe ich bin nicht verwirrt jetzt und bis zum nächsten Mal euer VHS80 Tschüss Beep 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 Untertitelung des ZDF, 2020